Damit können wir ein tolles Feuer machen. Wie schön. Da kannst du dich bei Leo bedanken. Er war wirklich eine großartige Hilfe. Was ist denn bloß mit Lilly los? Tja, ich habe nicht nur deine Spielsachen vergessen, sondern auch Lillys. Und jetzt langweilt sie sich leider ein bisschen. Hey Lilly, du brauchst hier doch gar keine Spielsachen. Es gibt so viele andere Dinge. Ich zeige sie dir. Es sieht ganz so aus, als ob ihr euer Spielzeug gar nicht mehr vermisst. Genau. Der Wald ist voller Spielsachen. Ah. Oh. 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 Na, ist das gemütlich hier? Ja, Schatz. Ja, Papa. Tja. Mach ich doch, Herbert. Zelten macht Spaß, oder? So. Oh. Autsch. Das zählt steht dir gut. Du solltest über einen Umzug nachdenken. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerne getan habe, Ja, ich bin ja hier, ich bin ja auch hier meinen deixa gek. Oh. Also Olympische Chatzmann, Ich darf nur20,